Eis gegen Feuer oder auch Neta Lucky Block. Das ist heute das Battle von diesem Lucky Race. Gebattelt wird dann in der Ice and Fire Deathmatch Arena. Ich hoffe ihr habt Bock drauf, lasst ein Like da und viel Spaß mit dem Battle. So und jetzt sind wir im Race. Wir haben hier, wie schon im Intro gesagt, die Blöcke, die Ice, die hat die Steffi und ich habe die Neta Blöcke. Und ich glaube, ich bin also nicht so gut dran, weil die Blöcke, die sind böse. Am Ende gibt es natürlich die Plus 100 Blöcke. Ich mache einen Timer und es geht direkt los. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wer gewinnen wird. Lasst unbedingt ein Like da, teilt das Video, abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Hier gibt es jede Menge Lucky Block Videos und jetzt geht es los. Bam, das Race mit Fire and Ice. Wow. Steffi, ich bin irgendwie gearscht. Nein, ich brauche nicht ganz... Die greifen mich an. Die greifen dich an. Das war schon mal... Nein, ich bin gleich den Brunnen gefallen. Aber du hast da Diamanten und so gekriegt. Aber gut. Okay, Neta beziehungsweise Hölle beziehungsweise Fire ist voll an Fire. Ich bin übrigens dafür, dass wir ein Pendant brauchen zu den Ice Lucky Blocks. Momentan sind es ja die Neta Lucky Blocks. Aber wie geil wären denn einfach... Also die Fire Lucky Blocks. Da könnte man nochmal so viel mehr machen. Also wenn jemand aus der Community Bock hat, Fire Lucky Blocks zu erstellen, Ja, immer her mit. Steffi, Alter. Ich bin schon wieder durch den Brunnen gefallen. Was ist denn das? Du musst da was reinwerfen. Warte mal, habe ich was mit Zig Touch? Nein, ich habe nichts mit Zig Touch. Aber man kann nur auch rein gehen. So. Huiuiui. Okay, ich werde das Race gewinnen, so wie es aussieht. Was hat der? Ich habe keine Diamanten. Habe ich so? Hä, weil ich gut bin. Oh. Scheiße, jetzt bin ich gearscht. Warte mal. Nein, ich muss einfach rennen. Verdammt. Ah. Lauf einfach. Oh, das war knapp. Oh, ich habe Killer Rabbids. Darf ich die Killer Rabbids töten? Äh, hast du eine Waffe? Nein. Oh, warte mal. Ich muss mir... Oh, ja, dann... Ja. Ja. Eigentlich... Es sind halt 20. Es sind halt 20. Ja, dann mach. Dann mach. Wenn du sie nicht töten kannst, dann mach, Steffi. Hast meine Genehmigung. So, ich habe jetzt hier eine Doom-Rüstung komplett rausgekriegt. Oh nein. Was? Hä, warum one-hitten die mich? Ich muss das jetzt anziehen, ja. Ich muss es anziehen, auch wenn ich es gegebenenfalls verlieren sollte. Aber so muss es jetzt einfach sein. Weil ich muss das Race gewinnen. Und wenn da die Blazes rumlungern, dann könnte das Böse für mich enden. Ich muss Steffi aufholen. Hä, hier ist überall Lava verteilt. Und da hinten ist Feuer. Der Gast fliegt da auch noch rum. Steffi, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe Feuer auf meiner Seite wegen dir. Ja, da kann ich nichts dafür. Oh geil, die Blazes sind wieder auf dich fixiert. Aua. Nice. Nein. Oh, war das das Karma? Ich denke nicht. Ich denke einfach nicht. Da unten ist der Gas. So, bam. Bin wieder weg. Oh geil. Ey, ich hasse es. Was tradet der? Ah, shit. Ich bräuchte vielleicht noch. Deine scheiß Blazes, Alter. Das tut mir leid. Das ist halt der Angriff. Oh. Das ist der Angriff der Hölle. Gegen das Eis, Steffi. Das ist einfach. Oh, was macht das so? Das ist halt nicht so mega das gute Zeug. Was habe ich in neuen? Oh. Ne, ne, ne. Alter. Stopp, stopp. Oh, der feuert noch voll auf mich. Nein, nicht stopp. Mach weiter. Ich habe mit dem Gas geredet. Nein. Oh, ich brenne. Mach mir Angst, Alter. Boah, dieser Gast, Mann. Alter. Der Gast ist böse. Aber das Gute ist, dass ich immer noch in Führung liege. Das ist echt. Ja, weil ich von deinen Mobs getötet werde. Was? Nein. Jetzt bin ich in die Luft geblowt. Oh, Mann. Geblüht. In die Luft geblowt. Geblüht. 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 Halleluja. Halleluja. Steffi. Ne, wir sind jetzt hier. In der Kirche, Alter. Hier ist Battle Time. Ich habe... Was hast du? Gut, du bist gestorben. Huiuiui. Ich muss hier ein bisschen das Feuer löschen. Auch wenn ich der Feuermeister bin. Ich bin ein mächtiger Feuermagier, müsst ihr wissen. Haha. Ja, Mann. Geil. 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 Den boxen wir runter. Den brauchen wir nämlich nicht. Oh, habe ich ihn zu, Steffi? Nein. Habe ich nicht. Okay, und der hier scheint auch on fire zu sein. So, nicht so ganz. Aber sieht so aus, als ob er die Hitze mag. Oh, Steffi, ich habe ein bisschen deine Bahn beschädigt. Es tut mir leid. Unterstädig, Alter. Ja, das war halt keine Absicht. Das war der Lucky Block. Das würde ich auch an deiner Stelle dann sagen. Oh, Glücker. Oh, 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 oh. Oh Gott. Lol. Das hat eine Hose getroppt. Dieses Kaninchen. Ich bin schon wieder tot. Oh, Steffi. Warum denn? Nicht immer sterben. Guck mal, ich überlebe auch immer. Ja, nee, du sollst sterben. Nein. Doch. Habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Oh, das habe ich verkackt, Mann. Drecks Gast. Oh. Bist du tot? Nein, aber der Gast. Oh, nein, ich habe einen Rüder-Effekt. Aber gut. Oh, ich überlebe den Rüder-Effekt. Wie geil. Hä? Ja, weil ich krass bin, Mann. Steffi. Ich bin übel krass. Ich bin übel krass. Oh, nein. Oh. Das war eine Explosion. Oh, Mann, 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 Mann. Ich kann nicht sterben. Oh, geil. Doch, jetzt bin ich tot. Habe da gedacht. Hä? Ich habe gerade gedacht, da war gerade ein Junk-Error und der Anfang war einfach futsch. Deswegen dachte ich, Alter. Deswegen dachte ich gerade, du hättest meine Bahn beschädigt. Wo bist du gerade? Auf meiner Bahn unterwegs. Man darf ja, Leute, drei... Aaaaaaah! Was war das? Muss ich das jetzt rausschneiden? Hat mich hochgeschleudert. Wie hoch denn? Ja, ganz hoch. So, dass ich dann gestorben bin. Tja, das ist dann halt Karma. Das ist kein Karma. Doch. Hä, nein? Ich habe ja nichts Schlimmes gemacht. Du hast versucht, mich zu überholen. Das ist ja nicht schlimm. Doch, also in dem Fall ist es schlimm, weil ich muss gewinnen, Steffi. Nee, ich muss ja gewinnen. Nee, du musst nicht gewinnen. Das ist die Regel. Ja doch, weil mit Eis wird zu Wasser und damit löscht man Feuer. Puh, du willst mich löschen also? Ey, ich krieg die Krise. Krieg immer diese Löcher, wo dann Lava-Buster... Steffi, du hast die Eis-Lucky-Blocks. Das heißt, sei cool. Ja? Ich bin aber gerade... Ich habe gerade ein hitziges Gemüt. Ich merke es. Ui, ui, ui. Nein! Oh, ich steppe. Oh nein, 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 nein. Verdammt, 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 verdammt. Oh! Ja, was? Nein! Diese Drecks-Blazes, Alter, die haben dann so einen Drecks-Knockback, Mann. Oh, ich bin fast am Ziel. Nein! Ja, doch. Oh nein. Ich werde nie einen Race schaffen zu gewinnen. Hast du noch nie einen Race gewonnen? Nein. Ui, 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 das ist irgendwie... bitter. Ja, danke, wow. Ja, danke, wow. Nein, natürlich nicht. So oft haben wir Race ja gar nicht gespielt. So oft haben wir das doch gar nicht gespielt, Mann. Oder? Frau? Oder doch? Frau? Frau? Ja, du bist Frau. Und ich bin... Trau. Okay. Aha. Oh, hi, Steffi. Ich überhole dich wieder. Oh. Geh weg. Nein. Oh, Leute. Warum, Steffi? Ich boxe dich jetzt runter. Nein! Doch, ich spring jetzt rüber und boxe dich gleich runter. Kurz bevor du da bist. Kurz bevor du da bist. Frau dich. Ja, kurz bevor du bei deinen Blöcken bist, okay? Was passiert, wenn ich das tue? Du weißt, was dann passiert. Nee, weiß ich nicht. Was passiert? Was passiert denn? Wenn du meinst, du willst das mit dir mit mir verkacken... Ich verkack's mir mit dir nicht. Ja, dann darfst du mich nicht runter boxen. Doch. Nein. Oh, Mann. Oh, Mann. Jetzt muss ich mich da ewig rüber bauen. Was war denn das für eine fette Explosion, Mann? Ja, halt eine fette. Ah, ist das da hinten Steffi? Kann ich die da etwa runter boxen? Oh, Mann. Hä? Oh, lol. Meine Blöcke sind da alle. Oh, 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 oh. Achtung, 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 Steffi. Ich komm gleich. Haha. Boxt dich da runter. Ich mahne dich. Wirklich. Echt? Was passiert, wenn ich's tue? Dann wirst du deines Lebens nicht mehr froh. Was? Warum? Weil ich's dir dann zur Hölle mach. Aber ich bin doch schon in der Hölle. Ich mach so'n riesen Bob weg, weil ich an dem nicht vorbeikomm. Was heißt, du kommst an dem nicht vorbei? Ja, weil der so fett ist und dann kann ich nix abbauen. Oh nein, nein, nein. Alter, ich muss jetzt kurz durchziehen. Nicht schon wieder. Und stopp, Steffi. Stopp, ich bin am Ziel. Ja, ich bin ja schon ganz vorne. Okay, 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 okay. So, DM5 dann, na? Oh, was? Lol. Nein, irgendeine Explosion hat meine Rüstung kaputt gemacht und der Villager ist bestimmt jetzt auch schon down. Was war das jetzt gerade für eine Lache? Das ist jetzt gerade gar nicht witzig, das weißt du. So, ich nehme übrigens nur die Neta, Lucky Block, weil es ist ja Neta versus Eis, na? Alter, ich bin gearscht. Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Slash DM5. Oh mein Gott, also meine Waffe ist das da. Ich muss über den Überraschungseffekt kommen einfach. Ich muss... Oh Mann, Alter. Steffi. So, ich bin im Lava-Teil, also ich bin beim Vulkan und du musst in deinen Eis-Teil, ja? Ich bin schon im Eis. Okay, hast du Spawnpoint gesetzt? Äh, nee. Slash Spawnpoint, Slash Kill, damit ich wieder voll bin. Okay, Steffi, 3, 2, 1, go. Hast du Rüstung und so Zeug? Ein bisschen. Achso, oh Gott ey, Mann. Die Frage ist, wo bist du? Wo bist du? Mein Sonnenlicht. Ich hatte noch 4 Lucky Blocks, die hab ich gerade noch geöffnet. Okay. Okay. Ich muss über den Überraschungseffekt kommen. Haha, haha. Ich hab dich vorhin aber schon gesehen. Sicher? Ja. Bam, nein! Bam! Was hast du da, bitte? Tja, ich hab eigentlich nur gute Sachen. Ich hab nämlich zum Beispiel einen Helm, der heißt Spiegel und der hat Thorns Gottlieb. Als ob. Und der ist, wann geht der kaputt? Das dauert. Also hast du gewonnen. Bin ich mir sehr sicher. Bist du ready für die nächste Runde? Wie du gehypt bist. Okay, 3, 2, 1, go. Alter. Äh. Damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet, na? Tja. Ich bin halt immer für eine Überraschung gut. Ah, aber doch nicht für so eine. Mann, jetzt muss ich in meinem Höllenteil bleiben. Du hast einfach was mit Thorns Gottlieb aus Eis-Luckyblocks. Ah, ja. Oh, Mann. Aber ich hasse wieder drauf Eis zu springen. Tja. Tja, tja. Ich hab jetzt keine Rüstung mehr. Alter, das wird so dumm. Das wird so dumm. Dummes Eis, Mann. Ja. Nee, gar nicht. Ganz dummes Eis. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Nein, was hast du denn alles? Weg ist smashed. Was ist das? Meine Waffe hat auf 839,5. Was? Dein Ernst? Alter, als ob du aus den Eis-Luckyblocks so krasses Zeug gekriegt hast. Ja, weil ich halt krass bin. Okay, 3, 2, 1, go. Soll ich dir einen Helm geben? Nein, ich könnte mir Rüstung craften, aber das bringt ja nichts, weil du eh was mit 800 Damage hast. Bringt alles rein. Gar nichts. Ich muss, ich kann es nicht verhindern. Was geht los, Steffi? Na? Ja, ja. Oh, ich habe eine Idee. Oh, ich habe so eine gute Idee. So. Wo bist denn du? Im Vulkan bin ich. Im Vulkan. Haha. Aber da hittest du mich nicht. Hahaha. Steffi, ich bin nur in meiner natürlichen Umgebung. Hä, was machst du? Ich versuchte zu, wenn du kommst. Hä, mit was baust du dich da vor? Mit dir? Ja, das war ja, ich habe so viel. Rrrr, scheiße, sie kommt. Oh, 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 oh. Oh, du hast mir einen guten Effekt gegeben. Oh, da steht, also da stand nicht drauf, was für Effekte das es gibt. Steffi, geh weg! Ich schock in meinem Poker. Oh nein! Nein. 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 Oh Gott. Oh Gott. Das war übel knapp. Alter. Oh. Nein. 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 Ey. Was für ey. Dann wartet halt draußen auf dich. Ich komme aber hier nicht mehr raus. Dann wird die Folge halt 30 Stunden lang gehen. Komm doch. Nein! Oh Mann! Ich hab gewonnen! Leute, sie hat mich einfach gekriegt. Klickt jetzt irgendwo hier für andere LuckyBlog-Videos. Macht's gut. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis dann und tschüss!